Mahlzeit und einen schönen so halb sonnigen Tag. Wir sind mittlerweile schon wieder auf der Heimreise, haben gerade mal einen Zwischenstopp auf dem Parkplatz gemacht, dass wir quasi die Einleitung zum zweiten Video auch noch im Bus machen können, weil daheim finde ich das nicht mehr so passend. Wie gesagt, wir sind jetzt auf der Heimreise. Ihr könnt euch jetzt den zweiten Teil von unserer Brumbachsee-Abenteuer-Tour anschauen und ich sage einfach mal viel Spaß. So, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Et voilà, Spiegel dran! Spiegel dran! Spiegel dran! Spiegel dran! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Morgen kommen dann Stefan und Nadine noch vorbei Mal schauen, wenn es wieder besser ist, wenn wir dann mal wieder was Schickes machen Oder vielleicht wieder mit dem Fahrer umfahren Man weiß es nicht, abwarten und Tee trinken hätte ich gesagt Aber solange das Wetter so beschissen ist, machen wir jetzt erst mal einen Nudelsalat Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also was ich jetzt gelernt habe ist, man braucht auf jeden Fall mehr Geduld mit dem WLAN hier So Freunde, pass auf, wir haben jetzt fast sechs Stunden lang das Video, was ihr ja jetzt wahrscheinlich schon gesehen habt Hochgeladen, weil das WLAN hier am Campingplatz einfach so grottig ist und ich auch trotz WLAN-Verstärker und weiß der Geil, was versucht habe, das irgendwie so ein bisschen zu pushen Keine Chance! Wir haben jetzt gerade 22.34 Uhr Wir haben es jetzt geschafft, das Ding fertig zu machen Die Kapitel noch zu erstellen und hochzuladen Was jetzt aber noch fehlt und das müssen wir jetzt auch noch machen, ist das Thumbnail Und ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt noch auf die Reihe kriegen, aber da brauchen wir erstmal einen kleinen, wie sagt man da, so einen Schluck für die Nerven Bis dahin! Bis dahin! Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu unserem Geburtstags-Spezial-Aufnahme-Dings, weil die Barbara heute Geburtstag hat. Deswegen gibt es wie immer Frühstück. Aber das mal mit ganzen gekochten Eiern. Und eine Camping-Geburtstagskerze. So und wenn der Babsi Geburtstag ist, machen wir jetzt auch einen Geburtstagsstoss. Das wird gut. Tschüss. Tschüss. Es ist quasi auch der letzte Tag, deswegen fahren wir jetzt noch einmal eine Runde Boot und morgen geht es dann nach außen. Wie ist der normal so richtig Käse? Du möchtest schön braun, ne? Mh mh. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir haben jetzt die letzte Nacht hier auf dem Campingplatz. Morgen früh ist quasi, oder morgen Mittag ist Abreisetag. Da werden wir uns auch noch mal ganz kurz melden. Aber jetzt machen wir erstmal die Lichter aus und schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Wie eingangs schon erwähnt, sind wir mittlerweile schon auf der Einreise. Und ich hoffe, euch hat jetzt das Video auch gefallen. Beziehungsweise in dem Fall ja beide Videos, sprich den ersten oder zweiten Teil vom Trombachsee-Abenteuer. Was noch etwas ausführlicher war als im letzten Jahr und etwas mehr Aktionen durchgeführt wurden. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst euch immer gerne einen Like und Abo da. Vergesst euch die Glocke zu aktivieren, dass ihr alle Videos, die wir jetzt rausbringen, mit mir und der Barbara, befolgen könnt. Daran erinnert, wenn sie online gehen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagnachmittag und Mittag oder irgendeinen anderen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Macht euch gut. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn